Eine neue Runde, ein neues Glück. So, wir gehen mal in den Keller. Ab in den Keller mit dir. So, haben wir hier was? Mit dem uns ja, ja, kaum können wir uns. Wir aktivieren mal den Lift. Ja, sie sind gespawnt. Nice. Was ist das denn? Du Schocker. Also, wenn ich jetzt sterbe, habe ich zumindest das, was mir das gekostet, schon mehr als drin. Ganz ruhig bleiben beim Brauner. Den habe ich getötet? Das ist mal ehrlich, wer hat sich denn das gedacht? Oh, das Bier, das ist ein Musik. Das kann ich eigentlich wieder weg tun, das mag ich ja nicht. Du bist immer im Weg. Wo ist denn es jetzt? Ah, da hier. Ah, das wollte ich auch nicht. Hat der noch was? Hat der Pockets auch nicht geschaut? Ah, seht ihr, das ist so laut. Maffin, immer geil. Nochmal Maffin, die sind noch geiler. Warte mal, ist nur einer gespawnt? Nee, da war noch mehr. Oder? Nee, doch nicht. Dachte ich schon, die Tür ist offen. Die habe ich hier zugemacht. Ja, versuchen wir unser Glück, indem wir den zweiten Lift auch noch aktivieren. Vielleicht kommt ihr da auch noch nur einer? Oder zwei? Okay. 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 Ja, das ist auch so, dass es so, dass es so, dass es so, dass es so. Und okay, da können wir weitergehen. Was ist denn da schon aktiviert worden? Sehen wir alles? Sehen wir alles? Ja, meine... Hier ist ein Teil, der liegt unten auch. Lange ist offen, also können die Parking noch aufmachen. Warte mal, ist Parking jetzt überhaupt offen? Nee, wie soll da auch wer sein? Ja, jetzt da raufgehen ist auch so, wie das da... Jetzt allerliebst. Oh, da ist einer drin. So, kurz zusammen. Genug! So, es... So, es... Warte mal kurz, mag ich jetzt hier wechseln? Wie soll ich denn das? Ach, das war gar nicht meine Tür. Ich dachte mal, ich guck mal. Wieso haben die nur einen Scheißling? Nun, schon, mehr Magazin, ich gebe ja. Irgendwann hatte ich null. Ja, das war null. Das war alles, du Schrott. Hab ich mich jetzt getäuscht oder ist hinten einer? Oh, nö. Sind die alle hinten? Was, ich mache jetzt keinen Ausgang mehr auf. Sind noch genug Leute da? Der liegt einfach rum. 50, besser ist mein. Oh, das ist schon in der Veste. Oh, nice. Entschuldigung. Entschuldigung. Vielen Dank. Wo leuchtet denn der Typ? Der ist unter mir. Ja, der ist unten. Der ist unter mir. 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 So. Können. Der ist unter mir. 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 Eine Aufräumaktion gibt es mal, wenn wir zu zweit sind. Das war's für heute. Und wie dann Red überlebt, es läuft jetzt! 6400p und ein bisschen was wenigstens, ja immerhin noch 4 Kills. So Leute, das war's mit der Folge, wenn's euch gefallen hat, lasst einen Lacken kommentieren und wir sehen uns auch wieder in der nächsten Folge, bis dann, tschüss!